Geschafft! Die Goldene Armada wird niemals erfahren, dass wir hier waren. Ich bin froh, dass diese Protoss nicht länger an Bord des Leviathans ist. Ihre psionische Präsenz war beunruhigend. Sie ist ehrenvoll gestorben, beim Versuch, ihr Volk zu retten. Warum interessiert es dich, wie die Protoss gestorben ist? Ich töte jeden, der sich mir in den Weg stellt. Das bedeutet nicht, dass es mir Spaß machen muss. Selbst bei Arcturus Mengsk, meine Königin, wird dir sein Tod keine Genugtuung bereiten? Halt den Mund, Isha! Parasit in Protoss-Wirtskörper eingesetzt. Ja, was ist damit? Gerissen. Unorthodoxes Denken. Protoss nicht infizierbar. Aber als Wirt für Fremdkörper geeignet. Ursprung von Parasit unbekannt. Ich habe ihn erschaffen, Arbathur. Du bist nicht der Einzige, der Sequenzen weben kann. Hm. Offenbarung. Werde weiterarbeiten. Die Macht von Zerus führt euch hierher. Die Rache an Mengsk führt mich hierher. Diese Zerg werden mir helfen, Kohal zu zerstören. Zerus muss euch neu erschaffen, Kerrigan. Der letzte Krieg rückt näher und es bleibt nicht viel Zeit. Ich muss gar nichts tun. Ich bin kein Spielball deiner Prophezeiungen. Aber werdet ihr alles tun, um eure Rache zu bekommen? Alles. Das wird reichen. Wir entstanden an diesem Ort. Hier entwickelten sich die Zerg zuerst. Ja. Es gefällt mir hier nicht. Ein schwächlicher Planet. Char ist deutlich überlegen. Sei dir nicht so sicher. Zerus könnte sich als gefährlicher erweisen als jede andere uns bekannte Welt. Ich sehe durch die Augen meiner Overlords. Diese Urzerg sind faszinierend. Sie scheinen nicht zu altern. Jeder Organismus altert. Selbst die Zerg. Aber diese Urzerg konsumieren die Essenz anderer Individuen. Sie verändern sich ständig. Sie sterben nicht. Bis sie von ihresgleichen getötet werden. Stimmt. Die erfolgreichsten Jäger unter ihnen müssen unfassbar alt sein. Und unfassbar gefährlich. Warum hilfst du mir, Ceratul? Du hast mehr als genug Gründe, um mich zu hassen. Die Xel-Naga wünschen sich eure Rückkehr als Anführerin des Schwarmes. Du weißt, dass ich nicht an deine verrückten Prophezeiungen glaube. Euer Glaube ist nicht notwendig. Ich handele zum Wohle aller, obwohl mich mein Volk deswegen hasst. Erspar dir dein Selbstmitleid, Ceratul. Jeder muss seinen eigenen Frieden machen. Das habe ich vor langer Zeit getan. Wenn wir hier fertig sind, werde ich zu meinem Volk zurückkehren und sein Urteil akzeptieren. Eines Tages muss jeder für seine Taten einstehen. Ich glaube, dein Tag ist bald gekommen. Ich Barnes undar k gia –read zu sein. Ich bitte gleich für einen Weg zumour Bharat.